Ah! Ah! Sterbe! Nein! Was? Leon! Ich komme! Rette dich! Jeder für sich! Ich kann euch nicht joinen! Es ist eine Cutscene gerade! Hallo? Leon? Alter, voll nice, wie ich die Sonne im Hintergrund... Irgendwie ist es traurig. Ich habe heute gekocht und ich habe halt mit dem Backofen was gemacht und ich schaffe es einfach nicht, mit dem Backofen zu kochen, ohne mich zu verbrennen. Das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Oder hast du dich diesmal verbrannt wieder an der Hand? Ja, so... Da, wo man sich ritzt normalerweise. An der rechten Hand. Am Handgelenk so? Ja, am Handgelenk. Bestimmt hat er sich eigentlich geritzt und er lübt uns hier gerade nur an. Ey, das ist hier nicht so Stufe, der Selbstzerschlückelung, ja? Mich selbst zu verbrennen. Das geht ja schon. Gut, alte Selbstzerschlückelung. Wollen wir probieren? Ja, Mann. Komm. Kann jemand das aktivieren? Wir müssen jetzt alle Kippe kaputt machen. Basti, mach mal kurz. Basti, du kannst... Ach... Leon! Kling! Komm, Basti! Nein! Auf den... Nein! Huch! Huch! Aha! Echt, hast du es geschafft direkt? Ich habe den einen in der Mitte übersprungen. Also den... den... der. Huch! 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 Na gut, weiter. Ach Leon, du wolltest es ausprobieren? Warte, lass uns mal eben kurz... Warte, ich ruf mein Fahrzeug. Du versuchst über mich drüber... hier rein, okay? Huch! 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 Mission failed! Huch! 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 Hast du es geschafft? Hat es funktioniert? Ja! Ja, es hat funktioniert! Ey, ich... ja... Was, du... Bleibt mal da! Ah, hier sind Gegner, Leute! Ich kann nicht absteigen, da hat die Spawn der. Hallo? Nein! Ich war auch nicht drunter! Okay, das hat nicht so funktioniert, Basti. Wir müssen es nochmal probieren. Wo bist du da? Ne, ich bin hier nicht. Ja. Ja, du musstest dich so ein kleines bisschen da drunter klemmen und... Ja! Ja! Und wo ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wuuu! Oh Mann! Was ist das hier? Vor allem, das sieht halt so geil aus, wenn du angedüßt kommst, ne? Nein, ich hab ein paar Seiten gemacht. Wie so ein verfickter Harry Potter auf seinem Stiel kommst du an, ey. Das sieht so witzig aus! Bataka! Ah, hier ist ein Stein! Nein! I don't give it further! Oh! Band! Band gibt aber einen Fick, Basti! Wuuu! Basti! 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 Der ist jetzt schon fast tot. Haben wir ihn schon? Ja, er ist tot. Vor der letzten Ebene. Nein, Leon! Fuck, ich konnte dich nicht wieder mit dir. Fuck, ich bin fast tot. Oh, ich bin oben wiedergekommen, lol. Oh Gott, Alter. Hey, als ob der jetzt wirklich schon tot war. Ja, ist er. Exotic, 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 exotic. Eigentlich kommt er doch nochmal als so'n Typ von weit weg wieder, oder nicht? Ein Typ von weit weg. Natürlich der Typ von weit weg. Taucht er nicht nochmal irgendwo hier in dieser Suppe auf? Ja, der taucht hier auf und läuft hier außen rum eigentlich. Ja. Typ von weit weg. So, Niklas, wo müssen wir hin? Jetzt entspannen. Niklas, dein Spawn sieht mit Abstand am beschissensten aus. Überhaupt nicht! Boah. Wer ist denn gestorben? Ich? Ich hab so ne fette schwarze Kugel abbekommen. Die war zwar nicht so gut. Okay. Weil die schwarz war, meinst du jetzt? Ist ein bisschen rassistisch, ne? Kann ich ja nichts dafür, wenn die mich ausraubt. Und töte. Ja, sie hat mir mein Leben geraubt. Noch was anderes? Deine Iris? Ah, ne. Warte, das bist du vorher schon. Hey. Du bist kein Ehren mehr. Findest du echt? Das trifft, ey. Ja! Ich hab's geschafft! Wichser! Ich wollte den Typen nur in die Luft jagen. Mano! Du bist ja voll reingeflogen. Ich war schon voll weit mit dem Auto. Morbitalangriff! Wie hast du ihn dazu gebracht, das Feuer zu öffnen? Ich hab ihn gefragt. Rasputin wurde gebaut, um der Menschheit zu verhindern. Wie hast du es geschafft? Ich habe ihn gefragt! Leon, pass! Was? Ich hab das vorher gegen dich geworfen. Der kommt lang! Ne. Was ist mir ein Mixer? Mal drücken. Voll. Attacke! Attacke! Agathe! Ingrid! Anneliese! Anton! Ulrich! Peter! Also Ulrich, die Katze zu nennen, wäre auch irgendwie witzig. Jaja! Ich bin halt echt dafür, dass sie so genannt wird. Alle meine Verwandten so, ja man, Ulrich ist nice. Also, das Vieh heißt jetzt Ulrich. Ist das denn auch ein Kerl? Ja. 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 Für ne Frau wäre viel witziger, Leon. Ulrich! Schau dir die! Ulrich! Hallo! Geh doch wieder runter! Du musst ein bisschen... Nein! Was willst du? Ein bisschen dancen. Ich hab eine Kugel. Du willst es da hinzuhalten? Wir sind auch dabei! Oh fuck, die ist direkt hinter dir, Leon! Leon! Nein! Ja, die öffnet doch noch ein Ding ist da. Oh nein, die ist runtschig, Leon! Die ist runtschig hier! Oh Gott! Fuck! Die schießt auf euch! Ich kann das mal abhören! Ah! Ich stecke weg! What is happening? Das ist normal! Das muss so! Das ist nicht richtig! Guck doch von vorne da! Sieht aus, als wenn ich noch einen SD drin gäbe! Woah! Was sind denn drei Leute? Also allein fühle ich mich jetzt nicht! Ich will auch nicht! Was die passt ey! Pack dir erstmal die Chips aus! Peter! Peter! Wo bist du? Kennst du diese Stelle bei Family Guy, wo die so nach... Anne... Anne... Anne Frank suchen! Achso! Ja stimmt! Und snackt sich so Chips rein! Ja! Und alle gucken ihn an! Und er macht ganz langsam weiter! Ja! Vor allem der Entschließungsprozess dieses Witzes! Das muss irgendwie so gewesen sein! Kennt ihr diese Leute, die immer zu richtig beschissene Momenten Chips fressen? Was ist der unpassendste Moment, an den ihr denken könnt, um Chips zu essen? Im Versteck von Anne Frank! Oh nein! Jetzt da der Indigitor offline ist, spielt das Moral-Netzwerk verrückt! Ja ja! Das Moral-Netzwerk! Ja ja! Ja ja! Ich weiß genau was du meinst! Du auch? Bin ich was? Es geht! Ich bin cool! Bist du cool? Ich bin cool man! Bist du cool? Ich bin auf jeden Fall cool! Ich bin cool! Warst du cool? Nein! Ich spür doch das irgendein Vieh auf meiner Hand ist! Ich hab's ja! Nein nein nein! Da! Ich hab's! Mensch! Okay! Ich hab das Ding mal aktiviert, ne? Sehr gut! Was für ein Ding? Da wo die Aufgaben so wohl links ging! Aha! Ja und du kannst nicht immer sagen, okay, ne? Du musst die Sachen auch hinterfragen! Ne, weil Basti nicht! Das ist mir zu anstrengend! Jao! Da ist der Wurm! Töte den Wurm! Ich hab ihn zweimal getötet! Sehr gut! Oh! Oh! Die kleine Bitch, Alter! Das ist safe half-life! Passiert euch was oder baddern wir nur drauf? Granate! Oh! Alter! Alter! Hä? Was? Juhu, das hab ich richtig geschnappt! Das hat einmal zugeschnappt und weg war dir! Ich hab' wirklich Schnappe gemacht! Schni schnappi schnappi schnappisten! Ich mach euch alle glatt! Ah! Er ist auch nicht gefallen! Du hast es geschafft! Du hast deinen Wurmgott erlebt! Ich sehe eins auf die Schnauze hier! Ein Wurmgott, alter! Oh! Löst sich auf! Ist das jetzt wie ein Infinity War?